So, meine lieben Natural Lifestyle Freunde, hi, hier ist wieder Carmen, ich bin heute wieder live und zwar aus Haltern am See immer noch und wünsche euch erstmal einen ganz wunderschönen Sonntag und ich habe gerade einen ganz klasse Post auf Instagram und hier auf meiner Seite Natural Lifestyle gepostet und zwar über dieses wunderbare ätherische Öl, die Zitrone. Und warum das so wichtig ist, die Zitrone bei sich zu haben, das wollte ich euch jetzt auch mal in dem Video erörtern. Einer liest sich gerne einen Post durch, der andere schaut gerne ein kleines Live-Video dazu und hallo Sascha, ich hoffe du hörst und siehst mich gut, lass mal ein paar Herzchen da, wenn das der Fall ist, dann ist das ganz wunderbar, dann weiß ich Bescheid, dass alles super ist. Dankeschön, wunderbar, toll. Also es geht um die Zitrone, du bist anscheinend jemand, der gerne ein Video schaut. Hallo Ivan, du kannst auch mal ein paar Herzchen da lassen, danke, 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 wunderbar. Also, die Verbindung steht super, dann kann ich ja anfangen. Also, ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Video über die Zitrone. Es gibt natürlich auch noch die Variante die Zitrone Plus, die als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen worden ist. Die Zitrone in dieser Flasche hier ist als Kosmetikartikel zugelassen, nichtdestotrotz funktioniert sie genau gleich. Es ist der gleiche Inhaltsstoff drin. Die Zitrone wird aus der Schale kalt gepresst. Allgemein, die Zitrusöle werden bei Young Living kalt aus der Schale gepresst und nicht destilliert. Also es ist das ätherische Öl destilliert in der Flasche. Ja, die Zitrone ist ganz, ganz, ganz hoch antioxidativ. Die D-Limonenen nennen sich diese Moleküle. Die sind um bis zu 68% im ätherischen Öl der Zitrone enthalten. Und die wirken ganz stark antioxidativ. Das heißt, das sind freie Radikalfänger. Ja, mit dem Sauerstoff nehmen wir auch freie Radikale auf, die sozusagen die Zelle schnell altern lassen. Und die Antioxidantien verbinden sich, verheiraten sich sozusagen mit den freien Radikalen. Und dann sind die alle glücklich und unsere Zellen auch, weil die werden nicht angegriffen dann. So kann man das ungefähr verstehen. Dann ist die Zitrone ganz, ganz wunderbar im Diffuser. Wenn man die da rein tut, dann wird der ganze Raum mit den ätherischen Ölmolekülen beduftet und versorgt, die Gerüche im Raum auch neutralisieren können. Also es ist ein ganz, ganz schöner Reiniger, unter anderem für die Luft. Gut, die Zitrone Plus, also die Variante mit dem Plus-Etikett, wird bei Young Living gerne, also von Young Living Liebenden gerne verwendet zur Zellularreinigung. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, sagt mir gerne Bescheid. Ich erzähle euch dann mehr darüber. Und ja, die Zitrone ist ein unglaublich starkes Lösungsmittel. Ein natürliches Lösungsmittel. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie hat und ja zum Beispiel das Mädchen Kaugummi im Haar hat, dann braucht man die langen Haare nicht abschneiden, sondern man nimmt einfach ein paar Tropfen Zitrone, tropft das da drauf auf die Verklebung und kann damit den Kaugummi auflösen. Das geht auch mit Harzen. Ich spiele gerne mit Harz rum. Also ich bin gerne im Wald, sammle gerne Harze und dann sind meine Hände auch so verklebt und nichts hilft. Man kann es auch nicht wirklich abwaschen, aber mit ein paar Tropfen von der Zitrone löst sich das alles und dann sind meine Hände wieder frei. Okay, auch Sekundenkleber und andere Klebstoffe, wie zum Beispiel wenn du Etiketten irgendwo dran hast und du möchtest die gerne abhaben und du hast aber Schwierigkeiten damit, kannst du Zitrone dafür verwenden. Zitrone ist ein ganz, ganz kraftvolles Lösungsmittel. Und was es sozusagen für uns sichtbar tut, das tut es eben auch unsichtbar im energetischen Bereich. Das heißt, unsere Energie wird gelöst und wir fühlen uns einfach gelöster, gehobener, freier, leichter. Also die Zitrone ist ein ganz, ganz tolles ätherisches Öl, was die Sonnenkraft gespeichert hat, was uns Sonne vermittelt, die Sonnenkraft, die Liebe, diese Fröhlichkeit, diese Leichtigkeit, die wir im Sommer spüren können, wenn die Sonne wunderbar scheint. Oder wenn wir im Urlaub sind und uns mit Sonne auftanken, wir können das halt mit der Zitrone auch tun. Wenn wir zum Beispiel wie heute hier in Haltern am See eher einen bewölkten Himmel haben, dann kann man einfach mal so ein bisschen sich mit der Zitrone umgeben und sich dadurch ein bisschen abliften und mit Sonnenkraft versorgen. Ja, unter anderem klärt sie auch den Geist. Also wenn man jetzt das, wenn man merkt, man hat eine hohe geistige Aktivität, man hat viele Gedanken und kann irgendwie nicht richtig loslassen, dann kann auch die Zitrone helfen, das zu klären, ja, das Wichtige von Unwichtigem zu erkennen, weil man einfach so ein bisschen höher von oben, höher dann, ne, aus der Sonnenposition draufschauen kann und sehen kann, ah ja, okay, gut, das ist jetzt nicht wirklich wichtig, das kann ich wirklich loslassen. Und man kann sich auf das fokussieren und konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Ja, gut, das ist es zur Zitrone. Was noch zu sagen ist, ist, dass die Zitrusöle photosensitiv sind. Das bedeutet, dass die wie so einen Lupeneffekt haben. Das heißt, wenn du dir die Zitrone, ich mach mal jetzt, auf deinen Körper auftragen möchtest, dann musst du bitte aufpassen, dass, wenn du vor hast, ins Solarium zu gehen oder in den Urlaub zu fliegen, in die Sonne zu fliegen, wenn du, wenn es im Sommer ist und ganz, ganz viel Licht da ist, dann bitte trag die Zitrone nicht so pur auf lichtexponierte Stellen, wie zum Beispiel dein Gesicht auf oder auf die Außenstellen deiner Hände. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Sondern trag es dir irgendwo auf, wo du bedeckt bist, sozusagen. Trag es dir unter die Fußsohlen zum Beispiel auf. Oder verdünne es mit V6, mit dem Pflanzenölkomplex von Young Living oder mit einem Kokosöl oder Olivenöl. Das kann man auch ganz gut dann in der Verdünnung auftragen und dann wirkt es auch nicht so stark. Genau, dieser Lupeneffekt, das wollte ich nochmal erklären. Das ist so, dass diese Zitruspflanzen, die lieben die Sonnenkraft so sehr, dass sie richtig dieses Licht einsaugen und anziehen. Und das merkt man dann, wenn man jetzt das auf, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat sich das mal hier an die Schläfen immer so gerollert. Die hat sich einen Roll-on aus dem Fläschchen gemacht. Die hat einen Roll-on-Aufsatz hier oben drauf gemacht. Kann man bei Young Living auch kaufen. Und dann hat sie sich das sozusagen immer an die Schläfen gemacht, um sich einfach zu stärken, um ihren Geist zu klären, um voll da zu sein, sich zu konzentrieren, sich abzuliften und diesen wunderbaren Duft zu genießen. Und hat sich in der Sonne aufgehalten und hat dann hier so braune Flecken bekommen. Und das ist deswegen so, weil das wie so ein Lupeneffekt ist. Die Sonne kommt dann immer doller dadurch. Ja, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Zitrone dann nicht eben an die lichtexponierten Stellen aufträgt, wenn Du vor hast, in die Sonne zu gehen. Also 48 Stunden vor dem nächsten Sonnenbad, also vorher sozusagen, kannst Du das gerne auf dem Gesicht auch auftragen. Manche machen das auch richtig, die lieben das, sich das auch ins Gesicht zu machen. Aber ich empfehle Euch, macht das bitte im Winter und macht das, wenn Ihr wirklich wisst, dass Ihr die nächsten zwei Tage lang ohne großartig in die Sonne zu gehen verbringt. Ja, das war's zu dieser Zitrone zu sagen. Und die Zitrone Plus, die Plus-Variante tue ich super, super gerne in meine Dressings, wenn ich frische, leckere Rohkost-Sachen mache oder wenn ich backe oder wenn ich mir einen Nynxia Redshot mache oder einen anderen Drink oder wenn ich ein Pesto mache, mache ich gerne Zitrone Plus rein. Das ist ganz, ganz lecker. Das ist so wie abgeriebene Zitronenschale, nur noch intensiver und ohne die Zitrone, also ohne die Schale und in höchster Bio-Qualität. To go. Also immer unterwegs, alles dabei bei mir und es schmeckt hervorragend. Und ich kann Euch nur empfehlen, das auszuprobieren, die Zitrone zu verwenden. Hallo, my Britt, Du liebst die Zitrone und Zitrone Plus wunderbar. Schreib uns gerne, warum. Schreib gerne in den Kommentar, warum liebst Du Zitrone und Zitrone Plus. Genau. Und ja, was ich noch sagen kann, ist, dass wir festgestellt haben, ich und meine Freunde, meine Freunde und ich, dass mit der Zitrone oder anderen ätherischen Ölen im Essen die Sachen länger halten und frischer bleiben. Das haben wir bei Pesto gemerkt, das haben wir bei Juice gemerkt. Also wenn man Juiced Saft macht, dann kann man da ein, zwei Tropfen ätherische Öle mit reinmachen. Orange Plus ist auch wunderbar. Und dann hält das viel länger. Es kippt nicht so schnell um. Schmeckt unglaublich gut. Es wird das i-Töpfelchen auf. Also es unterstreicht nochmal die Qualitäten der Nahrung, die Du da gerade zubereitet hast. Und es ist einfach, es wertet das nochmal richtig auf. Und was auch noch ganz, ganz toll ist, ist, dass die ätherischen Öle eine hundertprozentige Bio-Verfügbarkeit haben. Das bedeutet, die werden von unserem Körper, egal wo Du das aufträgst, hundertprozentig aufgenommen. Es geht also nichts verloren. Und die bewirken also, wenn Du das in Dein Essen tust, wenn Du die Plus-Varianten benutzt, die bewirken, dass Deine Aufnahmefähigkeit oder die Verwertfähigkeit Deiner Nahrung, die Du zu Dir nimmst, um bis zu 80 Prozent gesteigert ist. Und das ist doch richtig cool. Also es geht also nicht viel im Klo verloren, sondern es wird das höchstmöglichste aufgenommen. Also die ätherischen Öle sind unglaublich großartig. Die haben ein wahnsinnig großartiges Potenzial. Und ich bin ganz, ganz froh, mit ihnen arbeiten zu dürfen und Euch damit auch inspirieren zu dürfen, Euch mitzuteilen, was sie alles drauf haben. Und kann Euch nur empfehlen, holt sie zu Euch und probiert es aus, macht Eure Erfahrungen, teilt sie gerne mit mir. Und ja, schreibt es ins Kommentarfeld, schreibt mich persönlich an, wenn Ihr mehr wissen wollt, abonniert meine Seite, auch meinen Instagram-Account, wenn Ihr mehr Infos haben wollt. Lasst ein Herz hier und da, wenn es Euch gefallen hat, was ich mache. Und teilt es gerne auch mit Euren Freunden. Man kann auch eine Watchparty-Veranstaltung veranstalten, indem man Freunde einlädt, wo man denkt, das interessiert die bestimmt auch, die könnten das auch gebrauchen. Und ja, so verbreitet es sich dann auch immer weiter. Gut, meine Lieben. Okay, die Mai-Britt, die trinkt die Zitrone Plus im Wasser und schafft damit auch ihre 2-3 Liter am Tag. Wow. Okay, mal gucken, ob ich See More klicken kann. Okay. Und sie inhaliert die Zitrone super gerne, um einen fruchtig-frischen Tag in den Tag zu haben. Ja, wunderbar. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass Du uns das geteilt hast. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Euch einen ganz, ganz wunderbaren Sonntag. Genießt die Zeit, lasst es Euch gut gehen, seid auch gut zu Euch, macht gut Wellness, integriert das in Euren Tag, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Und lasst Euch ganz herzlich grüßen. Alles Liebe und bis ganz bald.